Herzlich willkommen zur nächsten Episode unserer Videoserie Unternehmenssicherung, einem Serviceangebot der Wirtschaftskammern Österreichs. Wir wollen uns diesmal mit der Frage beschäftigen, wie gehe ich mit Finanzierungspartnern, allen voran der Bank um? Und dazu begrüße ich bei uns recht herzlich Magister Stefan Taffendt von der Wirtschaftskammer Wien. Danke für die Einladung. Herr Taffendt, Sie haben ja im alltäglichen Betrieb mit vielen KMU-VM zu tun, die Finanzierungsbedarf haben, speziell jetzt nach einer weltweiten Pandemie ist natürlich in vielen Betrieben noch größerer Bedarf. Was sind denn so die größten Anliegen, die die KMU hat? Ja, natürlich viele Unternehmen brauchen eine Überbrückungsfinanzierung. Es ist ja gerade nach Corona so, dass aus unterschiedlichsten Gründen zu wenig Liquidität vorhanden ist, um die laufenden Zahlungen bedienen zu können. Was wir machen, wir bereiten unsere Mitgliedsbetriebe auf Gespräche mit Finanzierungsexperten vor, mit Finanzierungspartnern, allen voran natürlich die Hausbank. Das sind Gespräche in Richtung Ratenstunde oder Erhöhung von bestehenden Betriebsmittelrahmen, Kreditrahmen. Lassen Sie uns doch gleich einmal über die Hausbank reden. Die Bank, die ist ja für viele Unternehmerinnen und Unternehmer ein bisschen ein undurchsichtiges Wesen. Sie gilt so als schwereinsichtig, als mächtig, als undurchschaubar. Sie kommen aus der Branche. Was geben Sie denn den Mitgliedsbetrieben da so mit? Naja, wir merken das leider immer wieder, wenn wir uns schon mitteilen, die Bank ist ein Betrieb, ein Wirtschaftsbetrieb wie jeder andere auch. Viele haben den Eindruck, die Bank sitzt auf dem Geld und gibt es nicht her, aber die Bank arbeitet in erster Linie für das Geld und mit dem Geld. Für das Geld, das heißt, sie muss auch Gewinne generieren. Manche Klienten oder manche Mitglieder sind oft überrascht, dass Banken ebenso überprüft werden wie jedes andere Unternehmen auch. Das heißt, es kommt vielfach so rüber, dass die Bank sehr bürokratisch ist, dass die Bank ein Verhinderer ist. Aber in Wahrheit muss sie nur sehr strenge gesetzliche Regulatorien in Betracht ziehen. Das ist notwendig, weil man agiert hier in einem sehr hypersensiblen Finanzmarkt. Wenn ich jetzt in einer finanziellen Schieflage bin, Corona-bedingt oder nicht, was habe ich dann zu erwarten von der Bank typischerweise? Wird die Bank dann einen laufenden Kredit sofort fälligstellen, sozusagen mit dem Ziel, wenigstens irgendwas zu kriegen von mir? Nein, grundsätzlich nicht. Die Bank hat großes Interesse daran, dass der Betrieb bestehen bleibt, der Betrieb und die Arbeitsplätze. Und die Bank will ja auch gewährleisten, dass die Kreditlinien, die offen sind, irgendwann einmal zurückbezahlt werden. Also sie wird nicht fälligstellen. Was sie aber machen wird, sie möchte sich oder sie wird sich über die aktuelle Situation informieren. Sie wird sich Zahlen vorlegen lassen, wirtschaftlichen Unterklang analysieren, um zu sehen, ob der Betrieb gesund ist oder nicht gesund ist. Wenn er nicht gesund ist und gar nicht mehr sanierbar ist, dann bleibt leider nur noch die Insolvenz. Aber das kommt dann wirklich ganz am Ende davor, wird die Bank sehr kooperativ sein. Und man muss ohne dies sagen, das sollte für den Kunden nichts Neues sein, denn die Bonität eines Kunden wird permanent und laufend in der Kundenbeziehung überwacht. Also die Vorlage von wirtschaftlichen Unterlagen ist etwas ganz Normales in dieser Beziehung. Und genau dazu gibt es ein wunderbares Online-Tool auf wko.at. Wir haben es Ihnen hier mitgebracht, einen Bonitätstest für KMU. Da können Sie als Unternehmerin, als Unternehmer überprüfen, wie gut Sie bei Finanzierungspartnern dastehen. Sie können selbst hier wichtige Parameter eingeben, wie zum Beispiel zum Standort, zu den Eigentumsverhältnissen, zu Ihrem Kapitalbedarf, aber auch zu Ihrer eigenen Ausbildung oder zu Entwicklungen auf dem Markt, auf dem Sie tätig sind. Das Ganze dauert ein paar Minuten und gibt Ihnen einen sehr guten ersten Eindruck, einen guten Überblick über Ihre Bonitätssituation. Herr Tafin, was sind denn nun realistische Ziele, wenn ich einen Liquiditätsengpass habe und ich gehe zu meiner Hausbank? Derer gibt es mehrere. Eine Möglichkeit wäre, den bestehenden Kreditrahmen zu erhöhen für einen kürzeren oder längeren Zeitraum. Man könnte mit der Bank Stundungsvereinbarungen treffen. Das heißt, man setzt die Tilgungszahlungen für ein paar Monate aus. Man könnte aber auch erwirken, dass die Kreditlaufzeit generell verlängert wird. Das führt dann zu niedrigeren Annuitäten. Das sind die Raten, die monatlich oder periodisch zu zahlen sind. Das entlastet das Unternehmen mit den monatlichen Zahlungen. Man könnte eventuell versuchen, auf ein günstigeres Kreditprodukt umzuschulden. Und wir haben es angesprochen, der Überbrückungskredit. Das ist klassisch ein sehr kurzfristiger Kredit, der eben genau für solche schwierigen Situationen eingeräumt wird. Kann ich zu meiner Bank gehen und sagen, Freunde, es tut mir leid, ich schaffe das einfach nicht mehr. Ihr müsst mir die Schulden erlassen. Ist das eine Option? Ich habe es schon erwähnt. Die Banken verleihen das Geld ihrer Anleger und sind diesen gegenüber auch verpflichtet. Das heißt, die Bank kann nicht einfach entscheiden und sagen, ich schenke dir das Geld. Sie muss darauf achten, dass die ausgeliehenen Kredite wieder zurückgezahlt werden. Was natürlich in äußersten Notfällen passieren kann, ist, dass die Bank, um eine Insolvenz etwa zu verhindern, auf einen Teil ihrer Kreditforderung verzichten kann. So etwas nennt man dann Schuldenerlass. Es ist aber zu erwähnen, dass gerade in einer solchen Situation, das Wissen eingebrannt, das Kind scheut das Feuer, die Bank, die zukünftig die Entwicklung des Unternehmens mit Argus betrachten wird. Und da ist der Unternehmer natürlich gefordert, zu kooperieren, sich an Vereinbarungen zu halten und den Bankbetreuer zu informieren, wenn es Veränderungen gibt. Und zwar im positiven wie auch im negativen Sinne. Das heißt, die Bank möchte natürlich dementsprechend Überblick haben über meinen Geschäftsgang. Was muss ich denn nun an Unterlagen mitnehmen, als Unternehmerin, als Unternehmer, zu einem gelungenen Bankengespräch? Ja, vorab möchte ich sagen, wichtig ist, gut vorbereitet zum Gespräch zu kommen und auch gut aufbereitet mit gut aufbereiteten Unterlagen. Die Banken sind da sehr sensibel. Sie merken, wenn ein Geschäftsführer die Zahlen seines eigenen Betriebes nicht im Kopf haben. Und das ist natürlich für ein Gespräch nicht förderlich. Was sollten Sie also mitbringen? Auf jeden Fall eine Erfolgsrechnung, eine Gewinn- und Verlustrechnung, eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung, wenn es unterjährig ist, Zahlenlisten, wenn erforderlich, einen Businessplan. Ja, und Unterlagen, die einfach für das Gespräch zweckdienlich sind. Das könnten sein der aktuelle Auftragsstand, das könnte sein eine offene Postenliste, verschiedene Vertragswerke, Betriebsanlagengenehmigung und dergleichen. Im Regelfall teilt das die Bank schon mit. Uns ist wichtig, unseren Mitgliedern mitzuteilen, warum die Banken das verlangen. Einfach, um sich eine kompakte Situation über das Unternehmen machen zu können und eine Kreditentscheidung treffen zu können. Jetzt haben Sie es ja schon erwähnt, eine Bank kann ja nicht freihändig entscheiden. Das ist ein sehr enger rechtlicher Rahmen, der da auch vorliegt. Zum Beispiel auch was Haftungen angeht. Banken haben gerne Haftungen für Kredite. Kann die Bank da sozusagen auch reingrätschen und mehr verlangen? Wenn Sie eh schon zum Beispiel Haftungszusagen haben? Na ja, Banken haben nicht nur gerne Haftungen, Banken haben gerne Sicherheiten. Aber wie Sie es schon gesagt haben, das lässt sich aus dem Gesetz ableiten. Sie wissen, jedes Unternehmen muss geratet werden. Und das Rating gibt sozusagen die Besicherungsquote vor. Danach muss sich die Bank richten. Diese Sicherheiten können mannigfaltig sein. Es können Haftungen sein. Es können Immobilien sein. Es können Sparbücher sein, die verpfändet werden. Aber man muss schon sagen, dass gerade Unternehmen in Notsituationen nicht gerade mit Sicherheiten strotzen können. Deshalb ist es auch wichtig zu sagen, es gibt hier Ausfallsbürgschaftsgesellschaften, Haftungs- und Förderstellen, die Kreditgarantien übernehmen. Und das hat sich auch in der Corona-Zeit bewährt. Ich glaube, viele haben vernommen, dass es die Austria Wirtschafts-Service gibt. Das ist eine Förderbank des Bundes, die solche Haftungen übernimmt und somit die Kreditvergabe erleichtert. Welche Tipps haben Sie denn sonst noch für ein gutes, für ein gelungenes Bankengespräch? Ganz wichtig ist, gehen Sie proaktiv auf Ihre Bank zu. Also nicht dann, wenn erholt Lichterloh brennt. Wichtig ist auch, mit offenen Karten zu spielen. Sie wissen, ehrlich wird am längsten. Und Sie wissen auch, die Banken kommen früher oder später drauf, wenn man nicht ehrlich war. Die Banken legen auch großen Wert darauf, dass man vorbereitet ist auf das Bankgespräch, dass man seine Zahlen im Kopf hat, dass man einen klaren Finanzierungswunsch auch formuliert. Das heißt, ganz genau die Kreditsumme benennt. Es ist ja auch wichtig, dass man die Zahlen nicht einfach würfelt, sondern auch argumentiert. Aber auch einen klaren Finanzierungsstrukturierungswunsch. Das heißt, welche Laufzeit wähle ich, hätte ich gerne einen langfristigen Investitionskredit oder nur einen kurzfristigen Betriebsmittelrahmen. Das sind wichtige Dinge, auch für die Bank, um zu evaluieren, ob der Unternehmen sich ernsthaft mit seinem Unternehmen auseinandersetzt, die Situation richtig einschätzen kann. Denn das macht den Unternehmer zu einem Partner auf Augenhöhe. Was passiert dann, wenn die Bank auf all das nicht einsteigt bei meinem besten Bemühen? Also sprich, ich bekomme kein zusätzliches Geld mehr. Wer hilft mir dann? Das kommt natürlich in der Praxis immer wieder vor. Das ist kein Grund zu verzweifeln. Es gibt ja nicht nur eine Bank. Es gibt einen Wettbewerb unter mehreren Banken. Also man kann mehrere Finanzierungsgespräche suchen. Und wenn das auch nicht klappt, kann man sich nach alternativen Finanzierungsformen umschauen. Das ist gerade ein Markt, der immer wichtiger wird, nämlich der Markt des Eigenkapitals. Das heißt, ich kann mir also einen Beteiligungspartner an Bord holen, manchmal gegen Abgabe von Firmenanteilen. Es gibt aber auch Beteiligungspartner, die keine Firmenanteile übernehmen. Auch hier gibt es Förderinstitutionen, die das machen, die also hier wirklich als stille Partner und Gesellschaft in ein Unternehmen einsteigen. Und wir wissen, Eigenkapital hat natürlich noch eine höhere Qualität als Fremdkapital in Krisensituationen. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, und dazu rate ich auch ganz gerne, vor allem als Mitarbeiter der Wirtschaftskammer. Man kann sich einen externen Berater an Bord holen, einen Sanierungsberater. Das sind Leute, die sind in dem Fach sehr versiert. Die wissen, wie man mit Banken spricht. Die kennen den Spielraum von Banken. Die wissen, wie eine Bank tickt. Und auch das ist wirklich zu empfehlen, dass man sich hier jemanden zur Seite holt, der in dieser schwierigen Zeit für einen dasteht. Ein sehr wichtiges und auch ein spannendes Thema, wie wir mitbekommen haben. Ihnen empfehle ich auch einen Besuch in Ihrer Wirtschaftskammer Bezirksstelle. Dort werden Sie kompetent beraten zu vielen Themen. Unter anderem auch, was das Förderangebot der Wirtschaftskammern Österreichs angeht. Und angeraten ist auch die Teilnahme an einem Finanzierungsworkshop. Diese finden monatlich statt und sind kostenlos. Herr Mag. Tafenig, ich sage vielen herzlichen Dank. Danke auch. Und ich lade Sie ein, vorbeizuschauen auf wko.at slash Unternehmensfinanzierung. Egal, ob Sie ein Start-up, eine Projektpartnerschaft oder ein Traditionsbetrieb mit einer Finanzierungslücke sind. Dort sind Sie bestens aufgehoben. Bis zu unserer nächsten Folge. Wiederschauen. 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 Wiederschauen.